Was schönes fürs Auge. Und da präsentiere ich euch heute Morgen The Greatest Girl, was RPR 1 zu bieten hat. Ja, das großartige, süße, wundervolle Hobbit-Mädchen Nadja. Sie hat bei Wahrheit oder Pflicht, Pflicht gewählt und bekommt ein großartiges Bobdi-Boddi-Painting. So wenig ist es gar nicht, wie sie immer sagt. Zwei Finger voll. Es ist geil! Wenn du dich immer so wehrst, bleibst du ihm singen. Jetzt mach mal auf hier. Soll ich dir das verantworten? Was machst du denn da? Das ist so schön hier vorne. Alter, großartig. Sieht wirklich toll aus. Es ist dir gelungen. Man beachte bitte mein kleines Kunstwerk, hier das Häuschen mit dem Pfeil. Das ist eine Kernbotschaft. Das heißt, man muss erst an dem Haus vorbei, fällt dann in ein tiefes Loch. Und wenn man dann wieder rauskommt, dann geht der Weg weiter nach unten. Wir freuen uns dann gleich auf Nadjas Auftritt in der Ludwigshafener Fußgängerzone. In diesem Sinne... Moment! Tschüss! Ich finde, du hast jetzt genug geschummelt. Ich habe von dir über die Leitwzeit in diesem Kratzen. Tiefe, ja, der ist das für dich, du hast du ein Typ. Du hast dich ...